Stoppen Sie die Beamtenwillkür. Im Kampf gegen Beamte und Behörden ist der Antrag das, was die Faust von Vitali Klitschko beim Boxen ist. Effektiv, vom Gegner gefürchtet und meistens siegreich. Mit meiner PC-Anwendung der Antragsmanager können Sie diese Faust namens Antrag quasi automatisch einsetzen. Fast ohne eigenes Zutun. Staatsdiener haben oftmals nur eines im Sinn. Sie wollen Sie, den lästigen Bürger, in die Knie zwingen. Dagegen können Sie sich wehren. Mit einem korrekt verfassten Antrag setzen Sie diesen rechten Haken ein. Nur keine Hemmungen. Der BGH hat bereits vor gut 60 Jahren festgestellt, dass Beamte auf Anträge umgehend zu reagieren nahmen. Mein Windows-Programm der Antragsmanager versetzt Behördenwillkür einen Knockout, der sich gewaschen hat. Und das einfach per Mausklick. Halten Sie blasierte Staatsdiener ganz komfortabel auf Distanz. Stellen Sie einen generalen Antrag nach dem anderen. Einfach mit Ihrem Personalkomputer. Das Programm hält viel perfekt vorbereitete Antragsformulare bereit. Formatierungsfehler können dadurch ebenso wenig auftreten, wie fatale Ausrutscher beim Formulieren, Ausführen und Begründen. Sie können diese Musteranträge für Ihren eigenen Zwecke abändern. Mit wenigen Klicks und Tastatureingaben. Ein eingebauter Texteditor machte das zum Kinderspiel. Mühelos setzen Sie jeden Antrag 100%ig korrekt auf. Ob Sie Ihren Antrag bei Strafgerichten einreichen, in Zivilprozessen, bei Verwaltungen oder Behörden. Ob Sie sich ans Amtsgericht wenden oder ans Finanzamt. Ob der Petitionsaufschuss für Sie tätig werden soll. Oder Sie Zwangsvollstreckungen oder Zwangsversteigerungen ausbremsen wollen. Auf diese Weise kommen Beamte nicht umhin, ihre Eingaben oder Beschwerden tatsächlich zu bearbeiten. Und das kurzfristig. Machen Sie Ihren PC zur Beamtenschleuder. Denn unflätige und inkompetente Staatsdiener können Sie mit dem Antragsmanager zu Boden schicken. Einfach per Dienstaufsichtsbeschwerde. Aber Sie bekommen nicht nur das Programm der Antragsmanager. Egal, ob Sie die Anwendungen downloaden oder auf CD-ROM haben wollen. Sie erhalten zusätzlich jede Menge Dateien mit weiteren nützlichen Anleitungen rund um Ihr gutes Recht bei Behördenstreitigkeiten. Setzen Sie dieses Wissen ein, wenn Sie sich von Beamten unfair behandelt fühlen. Daran werden diese Staatsdiener schwer zu kauen haben. Weitere kostenlose Informationen über der Antragsmanager finden Sie auf der Erfolgspassage. Ich empfehle Ihnen, niemals aufgeben. Ihr Wolfgang Grademacher Bis zum nächsten Mal.